Moin moin liebe Leute, willkommen auf mein neues Video. Ich hoffe das letzte Video hat euch gefallen. Heute werde ich euch ein paar neue Übungen zur Rückenträftigung zeigen. Heute wird es ein bisschen anders laufen als das letzte Mal. Und zwar werden wir die Übungen halbe Minute machen und jeweils 5 bis 6 Übungen. Und in der Mitte eine kurze Pause von 45 Sekunden. Zur Aufwärmung. Ihr könnt euch auf jeden Fall zu Hause, wenn ihr wollt, euch aufwärmen. Indem ihr schnelle Bewegungen ausführt. Zum Beispiel auf der Stelle gehen oder auch mal kleine Sprints. Oder auch mal die Arme kreisen beidseitig. Oder mal die Hüfte kreisen. Oder auf der Stelle leicht springen. Dass ihr mal ein bisschen warm werdet. Oder auch mal draußen vorher. Ihr könnt auch diese ganze Übung draußen machen. Im Park. Zum Beispiel im Park ein bisschen laufen erstmal. Joggen oder auch schnelles Gehen tun. Oder auch mal ein Fahrradtuch kurz machen und dann wieder zurück. Und dann die Übung beginnen. Die erste Übung wird auf jeden Fall in der Rückenlage sein. Und dann fangen wir mal an. Komm mit! 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Schreibt in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt. Also, mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.